Ivo Sasek Geboren am 10.07.1956 in Zürich Verheiratet, 11 Kinder, 15 Enkel Ausbildung Eidgenössisch diplomierter Fahrzeugmechaniker und Gastronom Vier Jahre Bibelschulausbildung Seit 42 Jahren internationaler Bibellehrer im Vollzeitdienst mit ca. 2000 aufgezeichneten Lehrvorträgen in aller Welt Neuen Familienoratorien Einige Gründungen von Sasek seit 1983 Obadia, christliche Rehabilitationsarbeit für Drogensüchtige, psychisch Kranke und Alkoholabhängige OCG, organische Christusgeneration Glaubensbewegung mit Betonung auf organische Praxis AZK, Antizensurkoalition S&G Handexpress Klartv, zahlreiche Dokumentarfilme zum aktuellen Weltgeschehen in mehreren Sprachen Allion Verlag Gemeindelehrdienst Autor von über 20 theologischen Fachbüchern, mehreren Broschüren und Traktaten Panoramafilm, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent von neun Spielfilmen, davon drei monumental Kinofilmen Sasek TV, zahlreiche Lieder und Musikproduktionen, Musicals und neun Familienoratorien Das sind Musikaufführungen mit der Familie IVO, interlineare Vollanalyse Übersetzungsarbeit aus dem griechischen Urtext des Neuen Testaments Und andere mehr Ivo Sasek spricht heute zum Thema Gebäudes Recht, vereinte Pflicht Hallo, hallo zusammen Wow, 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 was für ein Tag, echt Danke, dass ihr alle da seid Wir haben heute ein wirklich krass großes Programm Ich danke allen Referenten im Vorfeld, dass sie da sind Ihr lasst euch wieder überraschen, wer der Reihe nach kommt Ich werde gleich einsteigen, weil zwei unserer Referenten, die nach mir kommen Die werden gleich kurz darauf wieder einen Vortrag halten Und an anderer Stelle, wir haben heute Prominente zu Gast Aber wir beginnen gleich mit einer Standortbestimmung Okay, seid ihr fit? Okay Die Weltgemeinschaft, die ganze, liegt echt in einem Würgegriff Und zwar von gnadenlosen Machteliten Da würgen uns zum Beispiel eine Finanzmafia Eine Kriegstreiber-Mafia Eine Pharma, eine Mainstream, eine Funkstrahl-Mafia Uns würgen Überwachungs-Mafias ohne Ende Wir können von Wirtschafts-Mafia, Bildungs-Mafia, Kunst-Mafia, Religions-Mafia Auch von einer philosophischen Mafia reden Aber wir werden auch von einer Drogen-Mafia gewürgt hier unten Weiter geht es mit Alkohol-Mafias, Sucht-Mafia Die 666-Überwachungs-Mafia Man könnte den ganzen Tag nur so aufzählen Auch werden wir gewürgt von Mafias Aus dem Kinderhandel, Frauenhandel, Flüchtlingshandel, Umwelthandel Krisenprofit-Handel, wo du immer nur hinschaust Das ist die momentane Weltlage Und seht ihr, mit dieser 18. AZK arbeiten wir jetzt nun auch auf praktische Lösungen zu Um sowohl uns als auch diese Weltgemeinschaft aus dem Würgegriff, ich sage mal, dieser Krake zu befreien Aber wie können zum Beispiel weitere Wege oder nächste Schritte von einzelnen Aufklärern zum Beispiel aussehen Oder nächste Entwicklungsprozesse, die alle Aufklärer gemeinsam durchschreiten und anpacken Das ist eine Frage, die wir vorab klären möchten und ein bisschen ansprechen möchten Als Einzelpersonen oder auch Einzelbewegungen befinden wir uns leider erst in einem Zell- oder in einem individuellen Organstadium Ihr müsst euch das jetzt bildlich vorstellen Was mit deinem Körper geschieht, geschieht auch im großen Ganzen Das ist eine Grundwahrheit, wisst ihr Also, aber wie schön zum Beispiel auch immer ein Auge oder ein Mund, eine Nase oder irgendein Ohr sein mögen So schön, wie auch einzelne Organe sich gegenseitig brauchen Ein Organismus ist erst dann komplett, wenn alle zusammenwirken Und diese Zusammenwirkung ist wichtig, dass wir die Nöte der Welt entsprechend anpacken können Und ich sage euch eines, die Menschheit, sie lächzt Sie lächzt schon intuitiv, schon längst nach einem wehrfähigen, ich sage mal, Gesamtkörper Also bislang konnten wir als Einzelpersonen, wir reden jetzt von Aufklären heute in erster Linie Konnen wir als Einzelpersonen oder als Einzelbewegungen prinzipiell immer nur, konnten wir Teillösungen anbieten oder verkörpern Und zwar ganz einerlei, wie super wir unsere individuellen Ideen auch fanden oder unsere eigenen Unternehmungen präsentieren konnten Versteht ihr? Keiner von uns hatte bislang die ganze Lösung, ich sage mal, das eine für alle prioritär gültige Aber das gibt es, etwas prioritär gültiges, das für alle gilt Das müssen wir uns heute zuerst einmal einprägen Aber seht ihr, so wie jedes Organ an deinem Körper wichtig für alle übrigen Organe deines Körpers ist Und eine unentbehrliche Funktion ausübt So ist heute auch jeder Akzent, den ihr von unseren Referenten hört Das von ihnen ausgeht, für die Heranbildung eines lösungsschaffenden Gesamtkörpers extrem wichtig Seht ihr, trotz Sehnsucht nach diesem großen Gesamten Erlebt jetzt aber doch jeder von uns seine eigene Inspiration Seine eigenen Wege und Dienste, ich sage mal, gefühlt als die eine Lösung gleich für alle Kommt ihr mit, von was ich spreche, ja? Also wir neigen leider dazu, alle übrigen Organe hinein in unsere Organschaft zu ziehen Jeder einzelne, alle übrigen unserem nächsten Schritt zu verpflichten oder unserer Entwicklung zu unterwerfen Aber jedes Organ am Leib hat zuerst einmal nur seine eigene Funktion zu erfüllen Das ist ganz wichtig, ja? Und jede, ich sage mal, Alleinwichtigkeit ist bloß gefühlt korrekt Nur gefühlt, ja? Und es wird jetzt Zeit, dass auch die ganze Menschheit erkennen lernt Dass sie ein schicksalsvereinter Organismus ist, versteht ihr? Aber wirklich Organismus sind wir erst dann, wenn alle inneren und äusseren Organe zusammen wie ein Mann funktionieren Also genau wie du zum Beispiel, ganz du persönlich, beziehungsweise deine Seele, wie du es mit deinem Leib kannst Denn was immer du tust, das machen alle die Organe in dir mit, was du als Seele tust, ja? Und die ist, obgleich Herz, Auge, Ohre, Lunge, Niere und so weiter Immer noch ganz ihre spezifischen Funktionen ausüben Das Ganze gibt ein grösseres Ganzes, siehst du? Aber von Kopf bis Fuss sind alle Organe immer auf deine jeweils eine Handlung ausgerichtet Versteht ihr das? Das ist wichtig Wir brauchen eine Entwicklung hin zu einer Gesamtbewegung Ich gebe jetzt ein paar wichtige Schlüssel zur Erkenntnis und zur Unterscheidung von diesem Werdeprozess Während nämlich, jetzt passt gut auf, während nämlich du jedes deiner Organe brauchst, um richtig leben und funktionieren zu können Kommen viele von deinen Organen, aber auch ganz gut ohne dich zurecht Hast du das gewusst? Sie können zum Beispiel auch ohne aktives Gesamtkoordinieren deines Körpers funktionieren Denken wir nur mal an zum Beispiel einen Kommapatienten Oder an Geisteskranke oder gar an Hirntote Schau, sie selber als ganze Person sind quasi völlig aus dem Spiel Ihre Herzen, Lungen, Nieren, Verdauungsorgane Funktionieren aber trotzdem noch so, als wäre die Welt völlig in Ordnung Ist sie aber nicht, ja? Was können wir daraus lernen, aus diesem Bild? Ich sage bloß, bloß eine individuelle Organfunktion Eine einzelne inne zu haben und zu beherrschen Ist noch längst nicht das Gelbe vom Ei Das muss uns auf grosser Ebene klar werden Weil selbst bei Toten wachsen ja noch Nägel und Organe nach Während sie schon längst im Grab liegen, versteht ihr? Also täuschen wir uns nicht, möchte ich damit sagen Täuschen wir uns nicht selber, indem wir es gewissermassen als ausreichend erachten Nur weil wir als individuelle Aufklärungsorgane schon einmal funktionieren Die Frage ist, sind wir erst ein einzelnes Organ oder ist das Ganze schon zu einem Körper zusammengefügt? Orientieren wir uns bitte immer daran, inwieweit wir schon zur synergischen Einsbewegung werden konnten Und funktionell im Gesamtorganismus eingebettet sind Was ist das Fazit dieser Gleichnisse, von denen ich hier gerade spreche? Keine Aufklärungsgruppe verwechselt ihre spezifische Existenz als Aufklärungsorgan mit Aufklärungsorganismus sein Das ist ein riesen Unterschied Und erst ein komplett ausgewachsener Organismus kann mit allen kohärent zusammenwirkenden Organen seinen Lauf antreten, seinen Weg gehen, seine Werke erfüllen Also was immer wir schon erreicht haben hier unten, es geht viel weiter ihr Lieben Seht ihr, genau so funktioniert es darum im grossen, im heranwachsenden Menschheitsorganismus Sowohl unter uns aufklären, als auch hinsichtlich der ganzen Weltgemeinschaft Ich nenne jetzt nur gerade mal ein praktisches Beispiel für Aufklärungsorgane Ich könnte es auch sagen, Aufklärungsbewegungen Die gerade in Versuchung stehen, ihr Ding, ihr Ding, allein durchzuziehen Oder beziehungsweise am liebsten den Gesamtleib zu ihrem spezifischen Organ umzuformatieren Das wäre ihr Wunsch Am liebsten würden sie das machen Zum Beispiel Tauschringe, Moment, mit allem Drum und Drang, die aufgekommen sind Tauschringe, die ihr Leben retten möchten Und dann sagen sie sich, ach wenn doch nur alle so täten wie wir Und sie stellen sich vor, dass ihr Tauschringgeschäft etwas für die ganze Welt sein müsste Ich sage nicht, dass es schlecht ist Aber das Problem ist, diese Tauschringe sagen sich nur noch so wie wir Das ist das, was wir machen müssen Und andere sagen dann wieder anderes Aber ich frage, wo blieben dann alle übrigen, die nötigen Aktionen auf allen Ebenen? Wo blieben die dann? Die blieben auf der Strecke Denken wir nur mal an den ausstehenden Kampf zum Beispiel Gegen Kinderschänderringe oder gegen Great Reset Total Enteigner Und tausenderlei mehr könnte man hier anfügen Also an Selbstversorgung an sich ist überhaupt nichts verwerflich, versteht ihr? Wir alle sollten uns darum kümmern Aber niemals sollte eine Selbsthilfebewegung oder Gruppe Sich selber gewissermassen als das Ganze fühlen oder empfinden Nach dem Motto, wenn doch alle nur noch dieses eine täten Dann, dann, dann Bitte nicht so Einfach nicht so Es ist ein Irrweg Es braucht mehr Weil durch diese Verengung Zeit und Energie verloren geht Um all jene Verschwörer zu stoppen Die in nächster Zeit wirklich jede Autarkie kurzerhand verbieten wollen Versteht ihr? Das ist im Moment auf dem Plan Sie möchten die Autarkie verbieten, dass ihr keine Gärten mehr habt und so weiter Das ist der Kampf Es braucht mehr Woran erkennen wir jetzt aber Wenn etwas wirklich für alle zur Priorität werden muss Das heisst, dass auch du aus dem Schrebergarten Nicht die ganze Zeit dort verbringst Sondern dich gemeinsam in ein grösseres Ein reisst Was ist das Zeichen? Ich sage, daran erkennt man es Wenn dieses eine, das wirklich für alle gelten muss Auch als wirklich unumgänglich erkannt wird von allen Das ist das Zeichen Und zwar so, dass wir alle einfach wissen Dass es so sein muss Dass etwas darüberliegendes nötig ist Über dem, was ich selber tue Also wenn wir Wie aus einem Munde sagen können Ich sage mal, das ist es Wir haben keine weiteren Fragen mehr Das ist es Und dann gibt es automatisch auch keine gegenseitigen Ausspielereien mehr Versteht ihr? Sondern nur noch ein dankbares Realisieren Dass wir alle dem einen Dem einen oder der einen Priorität Verpflichtet sind Und zwar als eine Ich sage mal, vielgliedrige Armee Mit sich gegenseitig ergänzenden Aufgaben und Pflichten Aber mit gezielten gemeinsamen Schwerpunkten Prioritäten und auch Handlungen Also lasst uns heute Nach genau dieser Folgewissheit Ausschau halten Von der ich hier spreche Wir werden am Ende der heutigen AZK Schauen, ob sich schon irgendetwas da heranbilden konnte Durch die heutigen Vorträge Ich sage nur, die Natur drängt uns Zum Gesamtwuchs Gesamtfähigkeit Und zur synergischen Schlagkraft Wo alle miteinander noch mehr in eine Richtung schlagen Jeder, der etwas Sag ich mal, für alle Absolutes zu haben meint Auch von unseren Referenten, wer auch immer Er möge es so argumentieren Dass es uns so leicht eingeht Wie etwa die Erkenntnis Dass Licht eine unersetzliche Notwendigkeit Für all sämtliche Lebewesen ist Das ist ganz wichtig Ich sage ein Beispiel Ohne Blumenkohl oder Orangen, Zitronen und so weiter Kann der Mensch problemlos überleben Nicht aber ohne Licht Das leuchtet uns allen ein, oder? Und dasselbe gilt natürlich Für alle möglichen Gebiete auch noch Kein einziges Organ kann auch ohne Luft zum Beispiel überleben Das muss uns klar sein Also wenn die Luft aufgeht Müssen alle schauen, dass es Luft gibt Alle, auch Herz, Lunge, Nier Egal was es ist Wir können zum Beispiel ohne Pressluft auskommen Ohne Parfüme sowieso Die unsere Lüfte durchqueren Niemals aber ohne Luft Versteht ihr das? Also ich nehme an dieser Stelle nur gerade zwei Universenprinzipien zur Hand Die uns zu einer Einsbewegung mehr machen könnten Um das geht es Was vereint uns noch mehr über unsere individuellen Dinge hinaus? Erstens eben Licht Licht ist das Allerwichtigste Wenn Lichtmangel müssen alle an die Hebel Versteht ihr? Sprich die Aufklärungsarbeit muss für uns eine derart ständige Priorität und Notwendigkeit erhalten Genau wie das Licht bei Tagen, das elektrische Licht bei Nacht Wie es das für uns ist Versteht ihr? Also Und dann bei aller Verschiedenheit der Menschen Und ihren unterschiedlichsten Unternehmungen Sind doch alle zuerst einmal beständig Auf mindestens fünf essentielle Dinge angewiesen Eben Licht ist das Erste Dann Speise und Trank, oder? Wir sind auf Kleidung, auf Wärme, auf Wetterschutz angewiesen Und ich sage immer, wenn diese unsere Prioritäten, unsere Grundbedürfnisse angegriffen werden Wird jeder Einzelne, je nach aktueller Weltlage, seine individuellen Unternehmungen Einfach dementsprechend hinten anstellen müssen So wir überleben wollen Das ist natürlich die Bedingung Und es findet gerade jetzt ein weltumspannender Angriff Auf genau solche unentbehrlichsten Bedürfnisse von uns allen statt Passt gut auf Über das WEF zum Beispiel Das WEF kündigt man uns den Raub all unserer Besitztümer an Stimmt das? Ja Über den Gaskrieg Den totalen Wärmeentzug, oder? Unnachgiebige Chemtrails immer wieder entziehen uns das nötige Licht Versteht ihr? Auch das über deinem Schrebergarten oder einer Solaranlage Verstehst du? Kriege und inszenierte Pandemien drohen mit Versklavung und Hungersnot Ist das Essen, Trinken weg, oder? Über Internetzensuren verdunkelt man uns das Licht der Wahrheit Ohne dass wir nicht leben können Seht ihr es? Aber auch die geistige Ernährung wird damit entzogen Ja Also mit ständiger Medienhetze und Panikmache Entziehen sie uns jede Herzenswärme Ja Aber Wärme ist etwas, was der Mensch braucht Innerlich und äußerlich Und ihre provozierten Spaltungen Verpessern unsere geistige Luft Und die Atmosphäre zwischen uns Stimmt das? Ja Also wir werden so existenziell angegriffen Und das erkannte Ziel hinter all diesem weltweiten Terror Ist definitiv die Diktatur Ja Sprich die gnadenlose Enteignung und Versklavung sämtlicher Völker Und seht ihr Um diesen tödlichen Plan abzuwehren Hören wir heute wieder diese sechs AZK-Referate Und ich will jetzt den zweiten Teil meiner Rede Will ich einem Thema widmen Dass mein nächster Referent Der nach mir kommt Dann noch weiter ausbauen wird Und ich bitte euch jetzt gut aufzupassen Was ich euch jetzt erzähle Denn ich will jetzt Justizgeheimnisse enthüllen Justizgeheimnisse an alle Und ich bin überzeugt Die allermeisten Die heute in diesem Stadion sitzen Haben keine Ahnung von diesen Dingen Dass sie so laufen Aber ich erzähle euch die Geschichte Wie ich dazu gekommen bin Was ich jetzt erzähle Also wie ihr wisst Werde ich ja Von den Mainstream-Medien Schon seit Jahrzehnten verfolgt Ja Ja Und während einer Phase Ganz besonders intensiver Inkriminierung Durch dieselben Ja Bekam ich einen Brief Von einem Richter Einem Schweizer Richter Einen Brief Ein sehr langer Brief Ist das gewesen Und nein Es war keine gerichtliche Akte Keine Anklage Oder so Vielmehr war es Das genaue Gegenteil Dieser amtierende Schweizer Richter Hatte die mediale Hetze Gegen mich Über längere Zeit Beobachtet Und hat dann Als rein privatem Interesse Heraus Zu recherchieren begonnen Als dann ein neuer Höhepunkt Der Diskriminierung Von mir Der OCG Auch klar TV ACK Und so weiter Erreicht war Zeigte dieser Richter Mitgefühl Ja Aber nicht etwa Bloß Sag ich mal Weil es mir so Dreckig ging Solche Ereignisse Sind ja sein tägliches Brot Versteht ihr Also nein Das Anteilnehmen Dieses Richters Entsprang Seinem Wissen Wie krass ich gerade In Gefahr stand Irgendwelche Gerichtsprozesse Anzustrengen Die ich aber Ich sag mal Erlittenes Unrecht Hin oder her Auf jeden Fall Verlieren würde Ja Und ich denke Um mich Vor einer zusätzlichen Enttäuschung zu bewahren Hat er mich dann Auf mehreren Vier Seiten Darüber aufgeklärt Eingehend Wie das sogenannte Recht Tatsächlich funktioniert Und nach welchen Grundprinzipien Die Rechtsprechung Überhaupt geschieht Und ich sage euch Beim Lesen Dieses Briefes Habe ich mich Wie ein kleiner Junge Gefühlt Dem ein Erwachsenen Gerade so Schweren Herzens Erklärt Warum es den Weihnachtsmann Nicht wirklich gibt Ja Das ist Soweit mal Meine persönliche Geschichte Aber ein ähnliches Szenario Hat sich jetzt Auch wiederholt Auf internationaler Ebene Und zwar zusammen Mit euch Ja Genau mit euch Mit den freien Aufklären zusammen Und zusammen Mit allen Medien Gepeitschten Demonstranten Mit Lockdown Geschädigten Völken Und dergleichen Wisst ihr Weil trotz Fast 20.000 Aufklärenden Sendungen Schon allein Durch Kla.TV Über alle möglichen Verbrechen An der Menschheit Hat sich doch Keine Justiz Gerührt Bis dato Nicht mit dem Kleinsten Finger Mal im Groh Gesagt Ja Und zwar Ganz einerlei Ob es sich Bei den Anzeigen Um Offenlegung Von Kriegsverbrechen Oder Pharma Oder Impfverbrechen Handelte Oder um Finanzverbrechen Um Medien Umwelt Oder Mobilfunkverbrechen Und dergleichen Nenne was du willst Ja Und wenn Sicherheitsbehörden Dann doch plötzlich Aktiv geworden sind Und zugeschlagen haben Dann ahnden sie In aller Regel Wen Natürlich uns Also gleichsam Die angezeigten Sie haben nicht Gleichsam die angezeigten Brandstifter Sondern die Geahnden Die den Brand Angezeigt haben Versteht ihr Einfach eine ungeheure Krasse Not Ja Und das konnte man Am allerdeutlichsten Bei zahllosen Fällen Von angezeigten Covid-Verbrechen sehen Ja Dann aber auch Hinsichtlich Angezeigter Kinderschänderringe Oder Also man konnte es An den Den Fällen Von angezeigten Auch Geheimbundakteuren Sehen Bis hin Zur Verschonung Satanistischer Ritualmörder Und so weiter Also unter dem Strich Verweigerten Sicherheitsbehörden Und Justiz Bis dato Fast jede Anhandnahme Sobald es um Anzeigen Wirklich grosser Verbrechen ging Ja Und zwar Weltweit Seht ihr Und das Trotz Zum Beispiel Zehntausend Aufwendiger Beweisstudien Dies trotz Hunderttausender Strafanzeigen Eingereichter Gegendarstellungen Auch trotz Zahlloser Petitionen Initiativen Demonstrationen Und so weiter Unter dem Strich Keine Sicherheitsbehörde Setzte sich bisher Aufgrund All dem In Bewegung Seht ihr Da gab es noch viel mehr Da waren Bücher Dokumentarfilme Da waren Interviews Und dergleichen Alles hat nichts genützt Noch nicht mal Zahllose Traktate Und Interviews mit Fachkompetenten Unabhängigen Aufklären Hier könnte ich einfach Den ganzen Tag Nur fortsetzen Die Justiz Hat sich nicht geregt Mit dem Dieses Große Und mittlerweile Weltweite Fragen hinein Warum denn Keine Justiz Etwas dagegen Unternimmt Passt auf Plötzlich ist mir Die Antwort Kürzlich Buchstäblich In den Schoß gefallen Es hat sich nämlich Quasi die Szene Wiederholt Mit dem Zugeneigten Richter Nur so Dass mich diesmal Ein höhergestellter Staatsmann Zugeneigter Unterrichtet hat Diesmal war er Gleichsam der Erwachsene Der mir Wie einem kleinen Jungen Schonend Aber wirklich Gründlich Auch noch Den Osterhasen Aus dem Kopf Getrieben hat Mit anderen Worten Er erklärte mir Schonungslos Die reale Gestalt Und Funktionsweise Unsere Rechtssysteme Ja die Realen Zusammenhänge Der sogenannten Justiz Mit allem drum und dran Und ich gebe euch Jetzt weiter Was er mir in etwa Zusammengefasst hat Er sagt Das gesamte System Der Rechtsprechung Sprich der Justiz Sagt er Leide An ein Und demselben Schwachpunkt Und Problem Und zwar Beginnend bei den Juristen Bei den Anwälten Staatsanwaltschaften Bis hin zu den Richtern Und zwar ganz Einerlei Ob vom Amtsgericht Landesgericht Vom Bundesgericht Oder noch höher Also das gesamte Justizsystem Bewege sich Allein Im Sachrecht Da gründet Ein Riesenproblem Und müsse daher Primär Wie eine Firma Funktionieren Müsse Das heisst Nach rein Betriebswirtschaftlichen Kriterien Und Schwerpunkten Wie bitte Gerichte Höre ich da richtig Alles drehe daher Notgedrungen Sagt er immer wieder Nur in erster Linie Um Haftungsfragen Und zwar zum Schutz Des Haushaltes Jener Firma Die sich Staat Nennt Und unter dem Strich Sei es weltweit Dasselbe Und weil sich die Justiz Sich einzig In Sachrecht Bewege Habe sie Überall Immer Die übergeordneten Interesse Des Staates Sprich Der Wirtschaft Zu berücksichtigen Und zu verteidigen Und nicht etwa Das Recht Oder Interesse Des kleinen Mannes Das musst du dir mal gut Reinziehen Was du hier hörst Alles sei prinzipiell Und immer Den betriebswirtschaftlichen Sprich staatlichen Ansprüchen Zu unterordnen Ich sag dir Fazit Dieser kleinen Erwachsenenbildung Ich stand da Oh scheiße Jetzt hat man mir Schon den Weihnachtsfangen Weggenommen Jetzt ist auch noch Der Osterhase weg Oder Versteht ihr Also nichts ist so Wie es scheint Ja Und ich sag Jeder Otto Normalverbraucher Hat doch schon immer Gedacht Oder geglaubt Die Justiz Sei dafür da Um ihm Im Falle eines Unrechts Recht zu verschaffen Und Gerechtigkeit Walten zu lassen Stimmt das Und jetzt Und jetzt werde ich Darüber aufgeklärt Dass das primäre Interesse Jeder Justiz In Tat und Wahrheit Gar nicht um Mein persönliches Kleines Recht Dreht Sondern letztlich Allein um Haftungsverteilungen Also potenziell Wird natürlich Unter dem Strich Auch dem kleinen Mann Recht verschafft Aber immer nur Potenziell Wisst ihr Nämlich immer nur dann Wenn es bei der Verteilung Der Haftung Eine strategisch Günstige Position Gibt für diesen Kleinen Mann Ja Also wenn Dann zwischen Personen Zwischen Konten Und Obligationen Und so weiter Entschieden wird Fragt man sich Woher eigentlich Dieses völlig Andere Denken Diese Denkweise Von Recht Und Gerechtigkeit Stammt Jetzt musst du gut Zuhören Stößt man auf einen Heute noch Gültigen Rechtskreis Der 2000 Jahre alt Ist Und aus dem Alten Rom Stammt Verstehst du Diesem sind übrigens Auch Alle uns Bekannten Formen Von Gesetzbüchern Entsprungen Also das 2000 Jahre Alte Recht Fordert Noch heute Seine Tribute Und zwar Wie im alten Rom Ich möchte es An einem Beispiel Eines Zivilprozesses Aufzeigen Der vielleicht Am deutlichsten Ist zu zeigen Wie willkürlich Und eisern Noch immer Recht zu Unrecht Und Unrecht Zu Recht Erklärt wird Vor noch Nicht langer Zeit Standen uns Doch die Haare Über einem Gerichtsfall Buchsterblich Zu Berge Was war es Da hatte die Deutsche Bank Doch tatsächlich Ohne jeden Zweifel Ein Rentner Ehepaar Über den Tisch Gezogen Sprich Diese armen Menschlein Um ihre gesamten Ersparnisse Gebracht So haben sie Anzeige Erstattet Ja Die zwei Ersten Instanzen Haben diesem Rentner Ehepaar Recht Gegeben Sie schienen Also Wie vorher Gesagt Eine strategisch Günstige Position Inhezuhaben Doch dass das Definitiv Nicht so war Hat das Dritte Urteil Also Die dritte Instanz Bewiesen Diese sprach Nämlich dann Trotz Absoluter Eindeutigkeit Schuldfrage Plötzlich Eben doch Der deutschen Bank Das Recht Zu Seht ihr Und das Geschah Einzig Deshalb Weil der Wirtschaftliche Einfluss Und somit Die wirtschaftlichen Interessen Der deutschen Bank Den wirtschaftlichen Einfluss und Interesse des Rentner Ehepaars Überzuordnen Waren Und sowas Kannst du Dann im Urteil Darin sogar Lesen Seht ihr Weil es Wie immer Letztlich Primär Um Haftung Ging Erzeigten Sich Diese Rentner Als Nicht Strukturrelevant Die Deutsche Bank Dagegen War Strukturrelevant Um es Noch mit Worten Zu Sagen Die Man Sogar Noch Versteht Hätte Der Bundesgerichtshof Gegen die Deutsche Bank Entschieden Also Gegen die Deutsche Bank Hätte Das Viele Folgeprozesse Nach sich Gezogen Und Im Rahmen Dieser Folgeprozesse Hätte Die Deutsche Bank Hätte Ihr Eine Insolvenz Sprich Bankrott Gedroht Und Damit War Eine Strukturrelevante Unternehmung In Gefahr Und Somit Wurde Unrecht Zurecht Krass Oder Also Es Geht Um Haftung Und Um Strukturrelevanz Das Müssen Wir Endlich Kapieren Sonst Können Wir Nicht Verstehen Was Da Die ganze Zeit Abläuft Ja Warum Zum Beispiel All Unsere Aufklärungs Keine Justik Juckt Ja Es Juckt Sie Nicht Es Seien Gegen Uns Das Ist Die Erklärung Dafür Eine Davon Zumindest Ja Wir Denken Immer Noch Völlig Naiv Richter Und Anwälte Seien Wie Weihnachtsmänner Und Ostrasen Die Uns Lauter Begehrtes Bescheren Versteht Ihr Weil Sie Uns Recht Verschaffen Und Unrecht Uns Vom Halse Halten Und So Weiter Ich Kann Nur Sagen Wacht Doch Auf Wacht Auf Kinder Bitte Wacht Auf Seht Diese Rentner Und Bank Geschichte War Einzig Darum Möglich Weil Es Stets Vorrangig Um Haftungs Verteilung Geht Und Um Die Frage Was Was Ist Für Das System Besser Oder Sprich Relevanter Also Ich Fasse Zusammen Über Uns Wacht Keine Justiz Etwa Wie Eine Liebende Mutter Oder Von Mir Aus Wie Ein Strenger Vater Wie Wir Offenbar Ganz Bewusst Über Jahrhunderte hinweg Ich Sag Mal In Echt Römisch Katholischer Glaubens Manier Glauben Liess Und Genau Diese Erkenntnis Ich Sag Dieses Böse Erwachen Versetzt Gerade Jetzt Zunehmend Mehr Und Mehr Betrogene Menschen Regelrecht In Rage Wisst Ihr Millionen Bringen Den Unmut Ihrer Rechtlichen Heimatlosigkeit Auf Offener Strasse Zum Ausdruck Ja Die Provokationen Wären Immer Größer Seht Ihr Das Darum Sag Ich Habe Das Mit Euch Zusammen Erlebt Diese Geschichte Ja Von Allen Seiten Wird Die Eskalation Ja Im Bürgerkrieg Geradezu Geschürt Ja Ich Glaube Die Welt Stand Seit 2000 Jahren Nicht Mehr So Nahe Am Abgrund ihrer Freiheit Beziehungsweise An den Eisentoren Altrömischer Diktatur Wie Gerade Jetzt Dem Altrömischen Recht Blieb Nämlich Auch Das Willens Strafrecht Bis zum heutigen Tag Verpflichtet Das Möchte ich Auch Noch Kurz Besprechen Mit Euch Ja Hört Weil Die Römer Einfach Keinen Bock mehr Hatten Um Immer Neubegangene Straftaten Zu Verfolgen Also Hinterher Entschieden Sie Sich Für Restriktive Massnahmen Die Bereits Im Vorfeld Alle Möglichen Straftaten Verhindern Sollten Römisches Recht Ja Wenn Also Jemand Nur schon Verbal Also Mit Wenn Du Jetzt Nicht So Und So Dann Werde Ich Dir So Und So Dann Galt Diese Bloß Wörtliche Androhung Einer Straftat Bereits Schon Als Strafbare Handlung Ja Genau So Ist Es Bis Heute Noch Darum Sollten Wir Sag ich Gut Darauf Achten Dass Wir Uns Bei Den Ständig Zunehmenden Drangsal Drangsal Und zwar Durch Regierungen Polizeikräfte Und so Weiter Noch Nicht Einmal Zu Verbalen Also Wörtlichen Drohungen Provozieren Lassen Wisst ihr Seht doch Nur Wie viele Prominente Aufklärer Zunehmend Der Hassrede Angeklagt Werden Gerade In Unseren Tagen Ja Und Genau Das Ist Die Wiedererstehung Des Alten Römischen Willens Strafrechtes Ja Um Es Einmal In Biblischen Bildern Zu Sagen Ich Ich Sah Das Tier Dessen Todeswunde Geheilt Wurde Aus dem Meer Aufsteigen Ja So Steht Es In der Bibel Seit 2000 Jahren Wie ich Schon In meinem AZK Vortrag Über das Tier Aus dem Meer Ausführlich Dargelegt Habe Ist Das Tier Tier Ein Symbol Für Staatsmacht Die Bibel Legt Es Ja Selber Aus Und Das Bild Vom Meer Ist Ein Symbol Für Die Völkerschaften Also Das Tier Aus dem Meer Aus Offenbarung 13 Mit seinen Vier Köpfen Und so weiter Symbolisiert Die Wiedererstehung Des Tod Geglaubten Altrömischen Weltreiches Das Sich Aber Nur Nun Jetzt Synergisch Verwachsen Mit den Vier Köpfen Dort Mit den Antiken Weltherrschaftsgeisten Von Babylon Medo Pers In Griechenland Und Ich sage Sogar Israels Dem Antiken Israel Plötzlich Über die Völker her Macht Versteht ihr Alle Details Findet Ihr Zudem In meiner Erwähnten Rede Ich Betone An dieser Stelle Nur Noch Einmal Dass Geschrieben Steht Dass Zeitgleich Mit diesem Tier Aus dem Meer Das Da Wieder Hoch Kommt Auch Unsere Macht Also Eure Macht Da Draußen Und Unsere Neue Welt Unsere Neue Welt Zum Siegreichen Durchbruch Gelangen Wird Glaubt Ihr Das Ja Seht Wir sind Alle Unwiderruflich Dazu Bestimmt All Diese Wieder Aufkommenden Weltherrschaftsgeister Unter Unsere Füße Zu Befehlen Ja Und Ich Sage Euch Mit Gewissheit Wenn Wir Das Tun Wird Der Ganze Himmel Mit Sicherheit Machtvoll Dahinter Stehen Und Das Verwirklichen Was Wir Hier Befehlen Ja Wenn Wir Nur Mutig Und Unverrückbar Dieser Unsere Sieges Bestimmung An Dieser Fest Halten Versteht Ja Jetzt Müssen Wir Weltreich Das Gerade In Unseren Tagen Seine Renaissance Feiern Will Ich Fasse Das Gesagte Kurz Nochmal Zusammen Also Das Primäre Interesse Jeder Justiz Dreht Letztlich Um Nichts Anderes Als Um Die Verteilung Von Haftungen Zwischen Personen Konten Sprich Obligationen Aus Und Aus Diesem Grund Funktionieren Anwälte Sämtliche Auch Staatsanwälte Richter Und So Weiter Wie Private Geschäftsleute Also Wenn Anwälte Staatsanwälte Falsch Kalkulieren Heisst Das Haften Sie Selber Für Ihre Fehler Gehen Sie Bankrott Entzieht Man Ihnen Sofort Die Lizenz Unausweichlich Übernimmt Ein Richter Einen Faulen Fall Von Einem Anwalt Oder Staatsanwalt Sprich Der Angeklagte Straftäter Hat Gar Kein Geld Zur Wieder Gutmachung Dann Fällt Die Haftung Automatisch Auf Den Zurück Der Falsch Kalkuliert Hat Ein Geschäft Wie jeder Ander Geschäftsmann Auch Weil Jetzt Natürlich Kein Richter Dieser Welt Für So Große Risiken Ganz Privat Haften Möchte Ist Er Durch Seinen Arbeitgeber Analog Seines Richterstandes Versichert Ja Also Sein Richterkleid Ist Ein Amt Ja Ist Eine Amtsperson Ja Also Indirekt Ist Jeder Richter Ein Angestellter des Staates Indirekt Ja Sein Amt Aber Stammt Von Einer Juristischen Instanz Die Über Staatlich Funktioniert Oder Fungiert Ja Darüber Dann Gleich Mehr Sobald Jedenfalls Die Jeweils Begrenzte Betriebsversicherung Nenne ich Mal Des Richters Im Falle Eines Versagens Nicht Mehr Ausreicht Fällt Die Haftung Automatisch Auf Den Staat Sprich Auf Uns Natürlich Das Immer Wieder Für Alles Blutende Volk Zurück Um Aber Dieses Schreckens Szenario Zu Vermeiden Waren Sowohl Richter Als Auch Staaten Durch Jene Firma Versichert Die Die Gesamte Jurisdiktion Ine Hatte Doch Wen Jetzt Bloß Könnte Ein Ganzer Staat Versichert Sein Falls Ihre Gleichsam Angemieteten Justizbeamten Finanziell Den Bach Runter Gehen Das Ist Die Frage Etwa Zürich Versicherung Oder Winterthur Oder Swiss Rie Oder Was Nein Ganz Nicht Nicht So Nein Wie es Der Genetische Wanderzug Unseres Rechtswesens Ersehen Lässt Lag die Jurisdiktion Über Jahrhunderte Weg Bis Noch Vor Kurzem Allein In Händen Des Vatikans Da Erstaunst Oder Auf das Vor kurzem Komme ich Gleich noch Zu Sprechen Jedenfalls War Der Vatikan Herausgeber Von Gesetzen Von Richtern Und So weiter Der Vatikan War Mit Anderen Wurden Nicht Allein Der Haftende Arbeitgeber Für Bischöfe Pfarrer Und Diakone Und So weiter Er War Zugleich Römische Firmen Unterabteilung Und Wie auch immer Und Befugte Instanz Sogar Richter Zu Emittieren Sprich Richter Als Bevollmächtigte Herauszugeben Das Richteramt Und Ich sage mal Wer zahlt Befiehlt In aller Regel Das ist der Punkt Und Daher Entsprangen Dem Vatikan Auch Zahllose AGBs Der Rechtsprechung Ursprünglich Waren Diese Extrem Religiös Gefärbt Aber Nichtsdestotrotz War Alles Schon Immer Und Einzig Unausweichlich Auf Die Durchsetzung Der Vatikan Interessen Ausgelegt Ja Und weil es Noch immer Weltweit Römisches Recht Gilt Sind Letztlich Alle Justizpersonen Ich sage mal De jure Angestellte Der Firma Vatikan So läuft Das Und darum Haftet der Vatikan Auch Für seine Angestellten Aber eben Jetzt kommt Ein wichtiger Teil Eben nur Begrenzt Er Er haftet Nur Begrenzt Also Nicht die Zürich Versicherung Sondern Quasi Die Vatikan Versicherung War Bis Vor kurzem Noch Die Zweitletzte Versicherung Von Richtern Aller Couleur Und so Weitere Und Durch das Versagen Hochrangiger Richter Vor allem Konnten Nun Aber Ohne Weiteres Streitschadensummen In Millionen Oder Gar Milliarden Eintreten Vielleicht Zum Beispiel Bei extrem Hohen Klagesummen Wie Etwa Mordfällen Die Bondsummen Der Richter Also Ihre Ihnen Zur Verfügung Stehende Versicherungssummen Konnten Mit Anderen Worten Ziemlich Schnell Platzen Und Könnten Das Noch Immer In Unser Zeit Allen Voran In Diesem Fall Würden Dann Automatisch Den Staaten Sprich Uns Den Immer Ahnungslosen Bürgern Die Letzte Haftung Aufgebürdet Wie Immer In Allem Was Ja Auch Die Jüngste Finanzkrise Mit Ihren Erzwungenen Hat Aber Jetzt Kommt Es Pass auf Ich habe gesagt Es Kommt Noch Was Per 1. 9. 2013 Hat sich Der Vatikan Dann Aber Ganz Plötzlich Aus Dieser Haftung Zurück Gezogen Das War Jene Seltsame Ankündigung Des Papstes In den Schlagzeilen Vom 1. Juli 2013 Diese Aufhebung Der Haftung Für Richter Und So Weiter Wurde Dann Allseits Sogleich Als Aufhebung Der Immunität Aller Richter Und Staatsanwälte Interpretiert Wir Dachten Auch So Darüber Aber Das War Ein Fundamentaler Irrtum Der Vatikan Hat Bloß Seine Haftung Zurück Gezogen Aber Jetzt Im Angesicht Der Bewusst Herauf Geschworenen Weltkrise In der Wir Stehen Die Immer Bedrohlicher Wird Stehen Sich Jetzt Zwei Fragen Gleichberechtigt Gegenüber Was Diesen Rückzug Des Papstes Betrifft Des Vatikans Besser Gesagt Frage Eins Hat sich hier Bloß Der Versicherungs Der Captain Der Versicherungs Captain Schon Einmal Als Erster Vom Sinkenden Schiff Gemacht Um Um Gerade Den Aufkommen Finanzkandelen Zu Entziehen All Diesen Prozessen Die Jetzt Kommen Werden Hat sich Da Captain Schon Mal Vom Schiff Gemacht Als Erstes Die Erste Frage Oder Die Zweite Perspektive Die Wir Gleichberechtigt Fragen Müssen Oder Wurde Der Vatikan Vielleicht Sogar Insgeheim Vom Hohen Ross Gestürzt Vielleicht Wie der Letzte Papst Oder Dass Das Nicht Freiwillig War Weiss Jeder Der Ein Bisschen Bescheid Weiss Seht Ihr Denn Diese Vatikan Hat Ja Nun Doch Über Jahrhunderte Hinweg Zusammen Mit seiner Kirche Das Tier Sprich Das Geheime Römische Weltimperium Wieder Dessen Willen Geritten Versteht Ihr Genau Dieses Zweite Szenario Begünstigt Die Bibel Redet Davon Sagt Sie Vor 2000 Jahren Ausdrücklich Voraus Ja Und zwar In Offenbarung 17 16 Ja Dortverwendeten Bilder Und Symbole Geben Exakt Den Vatikan Mit seiner Römischen Kirche Wieder Und Das Wieder Erstandene Tier Mit Den Vier Köpfen Und So Weiter Wirft Dort In diesem Text Seine Reiterin Ab Die Steigt Nicht Freiwillig Ab Zieht Sich Nicht Freiwillig Zurück Sie Wird Abgeworfen Heißt Es Dort Darum Bin Ich Für Version 2 Ja Und Zwar Wird Sie Abgeworfen Wird Von dem Rücken Des Tieres Geworfen Und Das Tier Wirft Sie Ab Um Sie Komplett Auszublündern Und Schonungslos Zu Vernichten Ausplünderung Ist Dort Das große Thema Seht Ihr Und Genau Solches Hat sich In unseren Tagen Schon Einmal Offen An Der Römisch Katholischen Religion Darin Angebahnt Wie es Jetzt Mit dem Vatikan Weltweit Weiter Geht Ja Ob Er Nun Von der Neuen Weltordnung Die Er Rivalisiert Ja Tatsächlich Geplündert Wird Es Dürfte Sich In Bälde Zeigen Wir Aber Müssen Endlich Einsehen Dass Diese Welt Längst In Die Fänge Von Geheimbund Sekten Geraten Ist Vor Irgendeine Großen Geheimbund Sekte Dies War In Sich Selber Extrem Zerstritten Aber Dadurch Unbeirrt Nur Umso Mehr Darauf Aus Jeden Kontinent Jedes Land Selbst Jede Regierung Als Ihre Kleine Unterabteilung Zu Betrachten Als Ihre Untertanen Versteht Ihr Der Vatikan Ist Leider Nur Gerade Eine Dieser Geheimen Streit Parteien Im Hintergrund Würde Also Fiktiv Würde Die Höchste Jurisdiktion Ihre Gerichte Oder Ihre Richter Plötzlich Dazu Verpflichten Nun Wirklich Für Recht Und Gerechtigkeit In unserem Sinne Zu Sorgen Was Würde Geschehen Dann Müssen Sich Ja Diese Geheimen Hintergrundmächte Buchstäblich Selber Anzeigen Versteht Ihr Und Weil Sie Das Nie Und Nimmer Tun Würden Und Auch Dann Nicht Wenn Wir Hinein In Handelsringen Schrebergärten Flüchten Ist Mein Vorschlag Dass Wir Besser Gemeinsam Hart Weiter Arbeiten An Der Weltweiten Aufklärung Bis Die Welt Das Eben Gesagte Begreift Das Müssen Wir Begreifen Versteht Ihr Das Ist Dieses Eine Gemeinsame Das Priorität Haben Müsst Als Organismus Was Über Dem Einzelnen Organ Interesse Steht Versteht Ihr Und Bevor Wir Eine Demokratische Mehrheit Erlangen Auf Die Arbeiten Wir Hin Können Wir Die Unwiderrufbare Notwendigkeit Neue Rechtssysteme Rechtsinstanzen Ausrufen Aufgrund Von Dieser Tatsache Wie Wir Es Gehört Haben Und Zusätzliche Rechtsinstanzen Gründen Die Einzig Für Unser Gerechtigkeit Sorgen Und Ich sage Dabei Wird Auch Natürlich Diesen Künftigen Rechtsträgen Einleuchten Dass Es So Ganz Ohne Dieses Heikle Ausnahmerecht Niemals Gehen Wird Ich Füge Das Nur So Nebenbei Kurz Ein Ja Bei Allem Gerede Und Gleichberechtigung Das Wird Ja Weiter Gehen Unter Allem Menschen Ja Alle Sind Gleich Aber Wem Würde Du Zum Beispiel Einen Einzig Rettenden Sitzplatz Zuordnen Wenn Nur Noch Einer Für Zwei Wäre Ja Wenn Es Nicht Anders Ginge Da Ist Ein Weiser Wohltäter Der Schon Immer Ganze Völker Bedient Hat Und Auf Der Anderen Seite Ein Injuranter Gammler Der Schon Immer Die Völker Belast Oder Ausgenutzt Hat Welcher Von Beiden Bekommt Den Sitzen Ja Beides Menschen Menschenrecht Gleich Verstehst Du Wir Wollen Niemandem Unrecht Tun Also Jedenfalls Eine Neue Justiz Verwaltungsfirma Ihre Macht An Ich sage es mal Mit Diesen Worten Das Ist Die Internationale Association Court Administration Und Sie Ist Nun Die Neue Haftungsfirma Für Richter Und So Weiter Die ganzen Konsequenzen Hier Zu Überschauen Ist Unmöglich Aber Ich sage es Mal Mit Diesen Worten Sicher Bleibt Vorerst Einmal Altrömisches Recht Bestehen Allerdings Jetzt Aber Zunehmend Auch Noch Mit Den Antiken Rechten Ich sage es mal Wie es ist Israels Babylons Griechenlands Ägyptens Bestückt Denkt an die Vier Köpfe Von dem Einen Tier Das Wieder Neu Ersteht Ja Also Alles Recht Wird Bereits Eilens Dem Gewünschten Great Reset Angepasst Heisst Das Und Du darfst Jetzt Dreimal Raten Wer Künftig Die ganze Zeche Für All Das Zu Bezahlen Hat Was Jetzt Kommt Insbesondere Wo diese Heraufbeschworene Neue Weltjustiz Dem Geplanten Great Reset Bereits Zum Durchbruch Verhilft Und Rechtlich Alles Nur Noch Drunter Und Drüber Geht Wo Bankrott Auf dem Plan Steht Ich muss Zum Schluss kommen Zum Geheimen Aufkommen Genau Dieses Unrechtssystems Hat Jesus Schon Vor 2000 Jahren Einen Wichtigen Satz Gesagt Er hat Das Klipp Und Klar Gesagt Dass Es Kommt In einem Bild Hat Er So Zusammengefasst Ich Ich Sag Es Ein Bisschen Mit Eigen Worten Lasst Die Heimlich Unter Die Saat Gestreuten Bösen Zusammen Mit Den Guten Ausreifen Bis Zur Ernte Und Zur Zeit Der Ernte Also Wenn Alles Gross geworden Ist Beide Seiten Werde Ich Den Schnittern Sagen Lest Zuerst Das Unkraut Zusammen Und Bindet Es In Bündel Um Es zu Verbrennen Das sind Bilder Den Weizen Aber Sammelt In Meine Scheune Und Als Letztes Möchte Ich Sagen Die Schnitter Diese Schnitter Dort So Denke Ich Das Sind Wir Ihr Alle Da Draußen Wir Alle Zusammen Ihr Mutigen Aufklärer Zusammen Mit Den Herrschalen Des Himmels Ja Weil es dann gleich weiter geht In unserem Programm Bitte Sind wir einfach mal ein paar Sekunden Einfach Stille Miteinander Ganz Kurze Schweigeminute Lassen Das Kurz Sinken Und Dann Wird schon gleich Ein Nächster Referent Hier Vorne Stehen Aber Dass Es Nicht Zu Schnell Aufeinander Geht Lassen Es Einfach In Moment Einfach Nur Still Sein Und Das Ein Bisschen Verinnerlichen Was Wir Hier Gehört Haben Z Untertitelung des ZDF, 2020